Musik Musik Nein! Musik Musik Ich hasse mein Leben! So Leute, willkommen jetzt hier zurück auf dem Fußballplatz, ihr seht das jetzt hinten und mit dabei habe ich heute einen speziellen Gast und zwar ist es der liebe Fabian, der aus... Der aus... So, der aus Bayern extra hergekommen ist, um ein paar Tage mit mir zu verbringen. Hinter der Kamera, hinter der nächsten haben wir Lukas, der mit ein bisschen so hin und her schmecken, damit coole Videoszenen aufgenommen werden. Wir machen heute eine Challenge und zwar da hinten fliegt wie gesagt das Tor. Hier seht ihr schon ein Ball, wir machen die Freistoß-Challenge von jeder Weite, 5 Schüsse. Hier haben wir die 15 Meter, da haben wir die 20 Meter, da hinten haben wir die 25 und ganz hinten haben wir die 30. Von jeder Weite schießt jeder 5 Mal. Wer zuerst anfängt entscheidet die Münze. Wie kannst du haben? Ich nehme den Sony Deckel. Den? Ja, natürlich. Machen wir hier. Jawoll! Du darfst mit dem Schein, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich fang an. Gut, dann fängt er an. Ich gehe zuerst ins Tor und ich würde sagen viel Spaß mit diesem Video. Leute, ich hau den jetzt da rein. Wenn du sie anfangen, dann fang dich. Ich fang an. Ich fang an! Ich fang an. 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 Ich glaube weiter hinten ist meine, ja. 25 Meter, ich glaube jetzt kriege ich irgendwie hin. 30 Meter, da punkte ich jetzt. Hat mir alles für jetzt aufgehoben. Hat mir alles für jetzt aufgehoben. Ja immerhin, komm mal. Ja, jetzt sind lasch. Ah, ich hab nicht aufgenommen. Kurzes Fazit von mir. Da sind definitiv Alkohol im Spiel. Sie macht nämlich jetzt gar keinen rein, außer vielleicht da vorne ein paar. Aber sonst kriegt er jetzt auch nicht mehr hin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Ich hab bis jetzt noch keine Etappe gewonnen, Alter. Was ist das, Alter? Das ist doch nicht wahr, Alter. Was mach ich denn? Oh, ja. Oh, ha! Mann! Oh. Ja, ja! Mann! 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 Ich habe das versucht in meinem Leben! Iは memo. Das war's mit dieser Challenge, es ist peinlich, dass ich keinen getroffen habe, gar keinen, wirklich gar keinen, aber es waren von mir aus vier Bälle so hart, geil, aber ich sag nur, du bist der Kieper, EO West, bucht nicht. Gut, dann machen wir jetzt gleich die nächste Challenge, aber nicht auf diesem Kanal, sondern die seht ihr dann auf Fabians Kanal mit dem lieben Lukas und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao.